Zusatzfrage, Dr. Barnstätter. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, den Menschen ist ja nicht nur Angst gemacht worden, sie sind objektiv auch falsch informiert worden. Die Geschichte, dass es nur vier Gründe gäbe, das Haus zu verlassen, war ja objektiv falsch. Es waren manchmal auch drei. Und es sind sehr viele Strafen verhängt worden. Es ist eine Diskussion entstanden, was denn mit diesen Strafen passieren soll. Das ist keine juristische Spitzfindigkeit, sondern relativ einfach. Der Gesundheitsminister könnte die Landeshauptleute im Sinn der mittelbaren Bundesverwaltung anordnen, dass entsprechend bei den Bezirkshauptmannschaften diese Strafen auch erlassen werden. Sind Sie dafür, dass das passiert? Ich halte es für richtig, dass in einem Rechtsstaat nicht nur Gesetze und Verordnungen überprüft werden, sondern natürlich auch das Vorgehen der Behörden. Und hier jeweils passende Entscheidungen getroffen werden. Es ist aber nicht meine Entscheidung, wie jetzt damit umgegangen wird. Naja, aber stehen Sie dazu, dass Sie die Leute falsch informiert haben? Als Bundesregierung transparent zu arbeiten, bestmöglich zu informieren. Und ja, wir haben alles getan, um auch mit einfachen Worten zu übersetzen, was in Verordnungen und Gesetzestexten oftmals sehr kompliziert niedergeschrieben ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.